Herzlich Willkommen! Eine neue Ausgabe Roberts schneller Nummer mit einer wirkliche schneller Nummer denn wir machen ein Spiegelei. Mehr ist angetragen worden, dass es mit den Eiern immer noch nicht so klappt und da brauchen wir Abhilfe schaffen. Du nimmst ein O-Pen oder Hot-Pen, du brauchst einen Stich Butter oder einen Tailöffel Öl und natürlich Bio-Eier. Und wie das alles funktioniert, seht ihr in diesem Video. Jetzt packst du deine Pfanne auf dem Herd, machst deine Butter oder Öl rein, höchste Stufe und wenn das Öl flüssig wird, respektive die Butterbläschen schlägt, kannst du das Ei schon rein machen. Ach ja, und nicht vergessen, sobald du die Eier rein machst, machst du den Herd aus. Und jetzt lassen wir das einfach ein paar Minuten britzeln. Noch ein paar kurze Tipps. Du kannst den Deckel da drauf machen, dann wärmen die Eier etwas schneller gar. Oder wenn du klassisch Sonny Side-Up haben möchtest, brauchst du nichts mehr machen. Wenn du sie etwas krosse magst, machst du nach zwei Minuten noch etwa für 30 Sekunden den Herd an. Und wenn du beidseitig gebraten haben möchtest, dann windest du einfach nach zwei Minuten das Ei und lässt sie noch mal kurz ziehen. Wir sind jetzt gut zwei Minuten weiter und das Ei ist frei. Und schon sind wir fertig. Stückchen Brot, leckeren Spiegelei. Ich zeige euch noch mal die letzten Fotos. Ja, was soll ich sagen, für Kosten brauche ich glaube ich nicht. Stay in touch with the Dutch, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.